Einen schönen guten Abend aus Altona. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur digitalen Sprechstunde Altona. Mein Name ist Dirk Arnold. Ich leite die Abteilung für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin hier an der Asklepios Klinik in Altona. Das ist die Erkrankung für, das ist die Abteilung für Tumorerkrankungen. Und das ist natürlich gerade unser schönes, unser Thema heute Abend, Tumorerkrankungen. Was gibt es Neues in der Tumormedizin? Wie kann man Tumorerkrankungen möglichst optimal behandeln? Ich bin mir sicher, dass es von Ihrer Seite eine Reihe und viele Fragen dazu geben wird, auf die wir im zweiten Teil zusammen diskutierend eingehen werden. Ich freue mich sehr auf Ihre Fragen und habe mir eigentlich vorgenommen, Ihnen im ersten Teil ein paar Informationen aus der Welt der Tumormedizin zu geben. Ein paar Informationen, was Krebs denn überhaupt ist, wie Krebs entsteht, was wir wissen müssen und was wir als neues Verständnis von Krebs haben. Einfach vielleicht für Sie als kleine Grundlage, um eine kurze Einführung zu geben. Was denn in der Krebsmedizin wirklich in den letzten Monaten, Jahren neu hinzugekommen ist und was uns allen, wir, die wir behandeln und Sie, die sich für diese Therapien interessieren, für sich selbst, für Ihre Verwandten, was wir da wissen müssen, um eben eine möglichst gute Auswahl zu treffen. So, lassen Sie uns vielleicht gerade starten und ich freue mich, wie gesagt, dass Sie dabei sind. Lassen Sie sich, lehnen Sie sich jetzt zurück, 20 Minuten, so ein paar Gedanken teilen und dann sind wir in dem Frage- und Antwortteil. Was sind die Grenzen und die Möglichkeiten der Tumormedizin? Darum soll es im Prinzip jetzt eben heute Abend gehen und wenn wir uns die Tumormedizin mal gucken, mal ansehen, was wir in der Tumormedizin machen und leider geht es nicht weiter. Dann müssen wir eins im Hinterkopf haben, Tumormedizin ist ja ein relevantes Thema und Krebserkrankungen sind ein relevantes Thema. Und wie Sie auf dieser Folie sehen, ist es so, dass wir eine absolute Zunahme von Krebserkrankungen in Deutschland, in Europa, in den westlichen Ländern haben. Nun, haben wir nur eine Zunahme oder haben wir auch positive Zeichen? Wir haben auch positive Signale und positive Signale sind hier, da steht auf dieser Folie oben drüber, altersstandardisierte Mortalitätsrate. Das heißt, das ist die Sterblichkeitsrate an Krebs. Sie sehen, dass diese meisten Kurven von jeder Tumorart unterschiedlich, aber tendenziell abnehmen. Und altersstandardisiert heißt, wenn alle in einer Gesellschaft immer gleich alt wären und wir wissen, dass wir eine alternde Gesellschaft haben, aber wenn wir mal mathematisch rein rechnerisch so tun und sagen, alle würden eigentlich immer gleich alt bleiben, die Gesellschaft würde sich in ihrer Zusammensetzung nicht ändern, dann hätten wir bei den meisten Tumorerkrankungen sogar jetzt einen Rückgang der Sterblichkeit. Und das ist das, was ich als positives Signal Ihnen einfach schon jetzt ganz zu Beginn geben möchte, nämlich wir haben eigentlich eine Abnahme der Sterblichkeit und das heißt, wir haben effektive Therapien. Wir haben Therapien, die immer besser werden und die die Situation rund um die Krebserkrankungen günstiger für die Patienten machen. Aber ich habe Ihnen gesagt, wir starten vielleicht ein bisschen weiter vorne dran und die eine Frage ist, wodurch entsteht eigentlich Krebs? Und wir wissen, da sind eine Reihe von Faktoren, die sind gut bekannt, die sind gut erforscht. Das sind Einflussfaktoren aus der Umwelt wie Rauchen, Alkohol als ein Teil Ernährung, aber natürlich auch das, was wir als Lifestyle-Risikofaktor für Krebserkrankungen Nummer eins haben. Das ist der Gentleman auf der linken Seite. Da geht es um Übergewicht und wir wissen, dass die Krebserkrankungshäufigkeit ganz eng mit Übergewicht korreliert ist. Und es gibt andere Faktoren, die haben weniger was mit Lifestyle zu tun, sondern mit dem, was uns sonst in der Natur umgibt. Sonnenbrand, Sonnenexposition, aber auch Umweltfaktoren, Umweltverschmutzung, in manchen Berufen auch Krebs als Berufserkrankung. Das ist die Situation, bei der wir eben sind, warum wir absolut eine Zunahme von Krebserkrankungen haben, vorwiegend eben durch die Altern der Gesellschaft und auf der anderen Seite eben auch die Faktoren, die wir beeinflussen können, die wir zum Teil nicht beeinflussen können. Eine Frage, die wir ganz häufig in der Tumormedizin bekommen, ist, sind Krebserkrankungen denn bei Kindern und bei alten Personen anders? Und da ist in der Tat die Antwort ja. Wir wissen, bei Kindern haben Krebserkrankungen recht selten, fast nie etwas mit Umweltfaktoren zu tun. Und bei alternden oder bei alten Menschen haben Krebserkrankungen eigentlich fast immer mit der, entweder der Alterung des Körpers, der Zellen zu tun oder mit dem ganzen Leben voller Einflussfaktoren, die den Körper schädigen. Und das heißt, wir sprechen sozusagen über ganz verschiedene Krebsentstehungsdinge. Und das ist fast schon jetzt die erste einleitende Frage. Was führt denn zu Krebs? Wie entsteht denn überhaupt Krebs? Oder was ist Krebs? Wir wissen, Krebs ist im Prinzip nicht eine Krankheit. Es sind viele Erkrankungen, aber sie beruhen alle auf einem Prinzip. Nämlich wir haben irgendwo im Körper eine Veränderung an den Zellen, an diesen kleinsten Einheiten des Körpers. Wir wissen, irgendeine Tumorzelle mutiert oder ändert sich. Und wir wissen auch dann, diese mutierte Zelle bleibt nicht alleine, sondern die teilt sich immer weiter. Und es kommen sozusagen von dieser Mutation noch weitere Tochtergeschwülste, weitere Tochterzellen dazu. Aber, das zeigt das Bild auf der rechten Seite, das ist nicht ein Geschehen, das eintritt und das dann nicht mehr aufhaltbar ist, sondern wir wissen, Krebsentstehung beruht auf sehr, sehr vielen Faktoren. Und eine Mutation muss noch lange nicht zu einer Krebserkrankung führen. Bei jedem von uns mutieren im Laufe eines Tages viele hundert Zellen, vielleicht sogar tausende Zellen. Und es findet immer wieder das Immunsystem einen Mechanismus, wie es die weitere Mutation aufhält. Also das heißt, es ist häufig nur eine Krebszelle, die entsteht. Und dann kommt das Immunsystem und kann die dann wieder bekämpfen. Was auch genauso wichtig ist, sind diese Faktoren, die auf der rechten Seite beschrieben sind. Die heißen Initiatoren oder Promotoren. Das sind molekularbiologische Faktoren, die erst nacheinander genauso ablaufen müssen, um aus einer einzigen Krebszelle eine Krebserkrankung machen zu lassen. Also das heißt, das Immunsystem passt auf, dass aus einer mutierten Zelle keine schlimme Krebserkrankung ist. Und es gibt da einen sehr deutlichen Kontrollmechanismus. Und der Kontrollmechanismus ist in der DNA, in der Trägerin der Erbsubstanz. Und auch Tumoren, wenn sie sich teilen, müssen ja die Kenntnis dessen, dass sie Tumoren sind, über die Erbsubstanz, über die DNA weiter verteilen. Und wir wissen, dass wir also da verschiedene Mutationen haben. Wir haben zum einen Mutationen, die schon in den Genen von Patienten angelegt sind. Das sind eben dann die familiären Erkrankungen. Oder wir haben das, was sehr viel häufiger ist, auf der rechten Seite. Wir haben Mutationen, die entstehen nicht in den Genen des Menschen, sondern sie entstehen nur in den Genen des Tumors. Und diese beiden Unterschiede zwischen einer familiären Krebserkrankung und einer sporadischen Tumorentstehung, die sind ganz wichtig, wenn wir uns nachher auf die modernen Therapien konzentrieren, müssen wir eben verstehen, was hier diese beiden Unterschiede sind. Und ein Beispiel dafür, wie diese Frühentstehung von Tumoren, diese frühen Stufen von Tumorvorstufen, dann die immerhin weiteren Mutationen, dann zu einer Krebserkrankung führen. Und das Beispiel, das wir vielleicht am besten kennen, ist Darmkrebs. Und bei Darmkrebs wissen wir eben, dass ganz frühe Mutationen nur kleine Veränderungen zum Beispiel in der Schleimhaut machen. Und dass nur die Abfolge von vielen Mutationen hintereinander dann die richtige Darmkrebserkrankung gibt. Und das ist sozusagen ein sehr gutes Beispiel, wie die Molekularbiologie und die klinischen Befunde, also das heißt, was man im Labor sieht und was man in der Schleimhaut im Darm sieht, gut übereinstimmen. Und deswegen ist das sozusagen eine Modellerkrankung für eben das, was wir in der Tumorentstehung haben. Es gibt aber einen zweiten Mechanismus, der ist auch sehr wichtig. Der ist fast wie so ein bisschen Biologienachhilfe. Der hängt mit dem Zellzyklus zusammen. Wir wissen auch, wenn eine Zelle als Tumorzelle da ist, muss sie sich eben, wie gesagt, weiter teilen. Nicht nur in der genetischen Information sich weiter genetisch vermehren, sondern sie muss auch weiter wachsen. Und dass Tumorzellen nicht weiter wachsen, das ist das, was wir in der Tumormedizin besonders nehmen, um Tumoren zu behandeln. Und wir wissen, dass der Zellzyklus, also wie sozusagen im Zyklus dieser Zelle zwischen Erholung, Teilung und dann wieder wachsen, dass es da Faktoren gibt, die den Zellzyklus von Tumorzellen kontrollieren. Und wir wissen, dass wir da möglicherweise auch in diesem Zellzyklus der Weiterverbreitung das machen können. Nämlich wie bei so einem Dominostein, bei Dominosteinen, die nacheinander umfallen, in diesem Zellzyklus, können wir an manchen Stellen diesen Mechanismus eben mit so einem Sperrriegel aufhalten. Und dann kommt es nicht zu einer Weitervermehrung der Tumorzellen. Das ist kompliziert, aber das sind jetzt schon mal zwei ganz wichtige Mechanismen der Tumorentstehung. Und das ist, glaube ich, auch für Sie, auch wenn Sie dem nicht in allen Details gefolgt sind, soweit klar, dass da eine ganze Menge von Biologie hinten dran steht. Biologie der einzelnen Zelle, Biologie der Vererbung, Biologie dessen, was diese einzelne Zelle von der gesunden Körperzelle unterscheidet. Und das sind eben die Ansätze, die Ansatzpunkte, die wir in der Tumormedizin neuerdings haben, die wir verstehen und wo die neuen Therapien darauf fußen. Und wir haben ja ein Prinzip in der Tumormedizin, wenn wir über die medizinische Onkologie sprechen. Da haben wir eine Tumorerkrankung in ihrer ganzen komplexen Zusammensetzung. Wir haben Tumoren, die sind eben nur als Primärtumoren an der Stelle, an der sie entstehen. Und wir haben auf der anderen Seite eben Metastasen und das heißt Absiedlungen der Tumor, die in den verschiedenen Körperregionen sind. Die Frage, die ganz häufig auftaucht, ist jetzt mit diesem neuen Verständnis, wann beginnen wir zu behandeln und wann müssen wir Tumorerkrankungen behandeln? Und ich will Ihnen da einfach ein Beispiel dafür zeigen, wie sich das in den letzten Jahren ganz deutlich geändert hat, was unser Verständnis angeht. Erste Frage, wann behandeln wir Tumoren? Nun, eine Antwort ist, wir behandeln Tumoren, wenn wir sie sehen. Und wir haben das, was wir klinische Einteilung des Tumors nennen, was wir an Tumor sehen. Dann, wenn wir tatsächlich eben etwas von Tumor sehen, entweder wenn ein Tumor irgendwo wächst, wir sehen eine Veränderung an der Haut, an der Schleimhaut, wie im Darm oder an der Haut, wie beim Hautkrebs. Oder wir sehen eben Veränderungen in CT, in der Computertomographie. Die Computertomographie, die Kernspintomographie, die können heutzutage ganz kleine Veränderungen erkennen. Und ein Millimeter, wie jetzt hier auf dieser Folie steht, das ist eine sehr, sehr kleine Läsion. CT braucht vier Millimeter, bis sie die auflösen. Und Sie sehen, dass aber vier Millimeter eine Eins mit, na, wie viel sind es? Zwölf Nullen sind. Und so viele Tumorzellen hängen schon zusammen, bevor wir eine ein Millimeter große Veränderung sehen. Also eine riesengroße Zahl von Tumorzellen, die schon da sind. Jetzt gucken wir aber heute nicht erst in das CT. Wir versuchen Tumorerkrankungen schon vorher zu sehen. Und die nächste Stufe, wie man Tumoren erkennen kann, ist zum Beispiel mit dem Mikroskop. Mit dem Mikroskop sieht man eben Dinge, die noch keinen Millimeter groß sind, die viel kleiner als ein Millimeter sind. Und was wir sehen im Mikroskop, das sind sehr, sehr kleine Veränderungen. Aber auch diese sehr, sehr kleinen Veränderungen ist immer noch eine Eins- und Sieben-Nullen Tumorzellen. Also deutlich weniger, aber immer noch eine riesige Menge an Tumorzellen, bevor wir überhaupt Tumoren sehen. Ja, jetzt mache ich einen Riesenschritt nach unten. Nämlich, wenn wir in das gucken, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären, mit der Biologie, mit der Erbinformation von Tumor, dann sind wir bei einem Hundertstel einer Tumorzelle. Also bei wirklich mini-kleinen Veränderungen, wie wir eben dieses Genom, also das heißt, diese genetischen Veränderungen von Tumoren sehen. Also nicht sieben Nullen hintendran, sondern drei Nullen hinter dem Komma. Viel, viel kleiner. Und da können wir eben heute Veränderungen auf diesem Niveau sehen und nachweisen. Und wir können das, indem wir diese Veränderungen, diese molekulargenetischen Veränderungen, nicht warten müssen, bis wir die im Mikroskop sehen, sondern bis wir die eben in diesen neuen Diagnostikmethoden sehen, die wir dann über diese molekularbiologischen Methoden im Labor dann eben in solchen Farbdiagrammen darstellen können und sie dann im Computer haben, um sie eben auszuwerten. Und so zum Beispiel sieht ein Tumor aus. Ein Tumor, den wir bis in ein Zehntausendstel seiner Größe bis auf die DNA-Ebene herunter aufgeschlüsselt haben. Da sehen wir verschiedene Gene. Grün heißt Gene, die aktiviert sind. Rot heißt Gene, die nicht aktiviert sind. Wir sehen verschiedene Gruppen. Sie sehen auf der rechten Seite, da stehen so viele Buchstaben und Zahlen. Das sind die verschiedenen Genabschnitte. Und wir wissen eben in diesen Abschnitten, ist eine Aktivierung oder eine Inaktivierung da, beruht der Tumor auf dieser Aktivierung oder nicht. Und wir könnten im Prinzip für jede Tumorerkrankung, für jeden Tumor ebenso eine Karte anfertigen, bei dem wir die Erkrankung wirklich ganz tief biologisch verstehen. So sehen dann solche Gen-Reports aus. Das ist jetzt ein Beispiel eines Patienten, wo sozusagen hier die Gene da sind, die wir in diesen molekulargenetischen Untersuchungen untersuchen können. Das sind hier 320 verschiedene Gene. Und was wir dann hier als ein Beispiel eines kommerziellen Tests bekommen, das sind dann eben solche Gentafeln, wo dann unten in etwa steht, welche Gen-Cluster relevant sind und möglicherweise welche Therapien sich daraus denn bemessen können. Also, ich glaube, damit ist jetzt genug der Biologie erzählt. Unglaublich viele Schritte, um Tumoren an dieser Basis ihres Entstehens und in der Kleinheit der Erbinformation denn zu verstehen. Und diese Information, die wir da aus diesen Genen, aus diesen Genabschnitten, aus diesen Genkartierungen zusammen haben, die müssen wir eben verstehen. Aber die müssen wir nicht nur verstehen, da müssen wir auch Fragen haben. Und Fragen daran haben, sind häufig, wie können wir dieses Wissen denn nutzen, um sie zu behandeln. Und wir können das, indem wir hier alle Experten, die von so etwas verstehen, zusammenbringen. Und wenn eine normale Tumorkonferenz, wie das in diesem Signal, in diesem roten Kreis dann dargestellt ist, darin aus besteht, dass wir die besten Kliniker an einem Tisch haben, also die, die Tumoren behandeln, operieren, medikamentöse Therapie geben, Pathologen, die es untersuchen und Radiologen, die sagen, was denn die Darstellung dessen ist. So sind diese molekularen Tumorkonferenzen, von denen wir auch hier in Altona jede Woche eine haben, dadurch vor allem charakterisiert, dass wir da auch Molekularbiologen dabei haben, Molekularpathologen, die uns sagen, was denn für diese genetischen Veränderungen in Frage kommen kann und die auch uns helfen, Studien zu finden oder Zugang zu Medikamenten zu finden, die relativ speziell auf diese genetischen Veränderungen einen Therapieansatz finden können. Und damit bin ich sozusagen schon beim zweiten Teil und das wird sozusagen ein Teil, wo ich Ihnen vielleicht einen ganz kurzen Überblick über die Veränderung der Therapie, der Tumortherapie geben möchte. Was Sie hier sehen, ist Tumortherapie und das ist ein Foto, das ist jetzt auf den Tag genau 112 Jahre alt. Das war Marie Curie, die in ihrem Labor, in ihrem Strahlenlabor, Tumorbehandlung durchgeführt hat und Tumorbehandlung in über viele und lange Jahren hieß ja tatsächlich Chirurgie. Die Chirurgie ist ja eine älteste Tumortherapie, die geht ja in die Antike, in dem Tumoren behandelt worden sind, dann eben gefolgt von der Radiotherapie, die vielleicht vor 100 Jahren den ersten großen, riesengroßen Schritt nach vorne gemacht haben. Dann kamen die medikamentösen Therapien, die Chemotherapien und was wir eben heute haben, das steht ganz rechts, das sind diese molekularen, zielgerichteten Therapien und die Immuntherapie. Nun, wie funktionieren solche molekularen, zielgerichteten Therapien? Ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele. Ein Beispiel, das sehen Sie hier. Diese Kugeln symbolisieren die roten Kugeln, Tumorzellen, die blauen, Entschuldigung, die gelben Kugeln, das symbolisiert das Immunsystem, eine Abwehrzelle, eine NK-Zelle, das heißt eine natürliche Killerzelle, so heißen die wirklich. Und Sie sehen das über Medikamente, wie diese Antikörper, diese grünen Y-Zilons, diese Killerzellen zu den Tumoren gebracht werden, an denen andocken und dann die Tumoren, Sie sehen es ganz rechts unten, und dann zerstören. Also ein sehr, sehr elegantes Prinzip. Und wir wissen, dass das nur ein Prinzip ist, das wir in der modernen Tumortherapie haben. Das setzt hier in diesem Bild da außen an, die Kugel da mit der Schale, die Sie sehen, das ist eine Tumorzelle. Alles links unten davon ist innerhalb der Tumorzelle. Alles außen ist außerhalb der Tumorzelle. Und wir wissen, dass wir da an verschiedenen Stellen ansetzen können, dass Medikamente da ansetzen. Das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist ein Mechanismus, der in diesem roten Kreis sich abspielt. Also das heißt, es andocken außen an eine Tumorzelle. Aber wir wissen, dass wir auch an dem inneren Teil dieser Rezeptoren Therapien ansetzen können, dass wir hier verschiedene Kinasen, Kinase-Inhibitoren, so wie die heißen, als Therapien einführen können. Und wir wissen auch, wenn wir noch weiter in der Tumorzelle Richtung Zellkern gehen, dass dort Mechanismen sind, die wir heute erkannt haben, wo Krebsmedikamente heutzutage ansetzen können. Ich will Ihnen da ein Beispiel zeigen, um einfach nur mal eins zu erklären. Jedes dieser rosanen, kleinen Körnchen, das ist ein großer Komplex von verschiedenen Eiweißen, der eine gewisse Funktion hat. Und ich erzähle es Ihnen an einem Beispiel, wo man das sozusagen sehr gut erkannt hat. Nämlich, das ist ein Beispiel einer molekularen Therapie, die vor 15 Jahren entdeckt worden ist. Und diese Therapie ist bei einer seltenen Leukämie-Form, der chronisch-myeloischen Leukämie, so wie die heißt. Und da sehen Sie sozusagen hier in diesem Cartoon, in dieser Darstellung, so ein Eiweiß. Das Eiweiß ist dieses blaue und gelbe, blaue und beige, diese blauen und beige Strukturen. Und Sie sehen, da innen drin ist so ein gelbes, ein gelbes Feld, auf dem steht ATP. Und ATP, das ist ein mini-kleines Molekül, das da in dieser Tasche bindet, das sich dort sozusagen einklingt. Und ich habe da unten so dieses Atomkraftwerk gemalt, weil das feuert die Teilung der Tumorzelle an. Aber jetzt kann man in dieser Tasche rechts statt dieses ATP-Moleküls ein Medikament, den Wirkstoff eines Medikaments, dort verankern. Also das heißt, dann steht kein Kraftwerk zur Verfügung. Und ich darf das Ihnen sozusagen eben in einer Folie zeigen, die ist hier leider gerade nicht zu sehen, dass das bei dieser Erkrankung eine ganz deutliche Verbesserung des Therapieansprechens dann hatte oder der Therapieeffektivität hatte, wenn diese Tabletten statt einer Chemotherapie eingesetzt worden sind. Und das können wir sozusagen in vielem noch weitergehen. Das ist ein Beispiel für eine Erkrankung, die sich auch komplett gewandelt hat in den letzten Jahren. Malignes Melanom, also schwarzer Hautkrebs. Da wissen wir, dass das eine Erkrankung ist, die sehr deutlich von diesen Mutationen abhängt, wo diese Mutationen die Krankheit sehr klar definieren. Und wir wissen, dass wir hier Medikamente einsetzen können. Hier jetzt eben ein Beispiel von so Überlebenskurven, so wie wir das in der Tumorforschung darstellen, wo eben eine Therapie mit einer Tablette Vemurafenib viel besser wirksam ist, als mit der Chemotherapie, die vorher gegeben worden ist. Besser verträglich und sehr viel besser wirksam. Und die Königsdisziplin ist natürlich genau die, die Sie sich jetzt schon hieraus ableiten können. Nämlich in der Tat die Frage, ja, wie identifizieren wir denn die richtigen Patienten? Früher haben wir Tumormedizin vor allem so gemacht, dass wir gesagt haben, Patienten sind über eine Diagnose klassifiziert. Brustkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs. Und wir wissen heute, dass das eben sehr viele Unterkrebsformen innerhalb dieser Diagnosegruppen sind. Und wir können heute vereinzelt Patienten aus diesen Diagnosegruppen mit speziellen molekularen Veränderungen für spezielle Therapien zur Seite bringen. Also das sind hier die blauen und gelben Männchen, die wir aus dem Kreis identifizieren. Die, die keine entsprechende Mutation haben, die bleiben weiter bei den Standardbehandlungen. Aber wir müssen eben feststellen, ob den Patienten zu der Gruppe gehören von Patienten, die eben eine genetische Veränderung haben, die die Tumorkrankheit charakterisiert. Und dann würden wir da dann die entsprechende Therapie durchführen. Und so sehen solche Darstellungen aus. Das ist ein Beispiel einer Krankheit, die ganz häufig ist. Darmkrebs. Das ist eine ganz realistische Darstellung, wie wir heute auch in der Klinik Darmkrebs unterscheiden. Das sind 100 Patienten, also 100 so Männchen. Und Sie sehen, die haben verschiedene Farben und manche haben einen gelben Punkt und andere nicht. Und das charakterisiert die Häufigkeit der Zusammensetzung von verschiedenen molekularbiologischen Faktoren, die dann jeweils auch eine andere Therapie zur Folge hat. Also nur als ein Beispiel Darmkrebs als eine häufige Erkrankung. Also wir sprechen jetzt nicht mehr von dem Darmkrebs, sondern wir würden heute, wenn wir über Darmkrebs sprechen in der medizinischen Onkologie, eben genau diese Faktoren, diese Beschreibung mit in die Diagnose einfließen lassen. Das steht auch im Arztbrief dann drin, damit entsprechende Therapien dann gewählt werden können. Und so können wir sehr, sehr viele Beispiele machen, selbst Krankheiten. Deswegen habe ich das hier reingenommen, die als sehr schwer zu behandeln gelten, wie der Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo Sie eben vielleicht gehört haben, dass das eine der Krebserkrankungen mit der schlechtesten Prognose ist. Aber auch da ist es nicht so, dass man keine wirksame Therapie hat, sondern dass man nicht nur eine wirksame Standardtherapie hat, sondern auch sehr kleine Untergruppen von Patienten, die eine spezielle molekulare Veränderung haben. Und dann hätten wir darüber auch dann die entsprechende Therapie, zumindest in Studien. Also es lohnt auf jeden Fall, bei Tumorerkrankungen genauer hinzugucken, genau hinzuschauen, welche von diesen Veränderungen denn dann da ist. Und wir können dann möglicherweise innerhalb des Netzwerks von onkologischen Zentren die entsprechende Therapie finden. Das war jetzt sehr viel Information zum Thema molekulare Therapien. Die Frage ist, kommt das für jeden in der Tat in Frage? Und da will ich Ihnen die Schwierigkeit in dieser nur einen Folie hier darstellen, die wir uns wirklich täglich stellen müssen. Nämlich diese genetische Testung, über die wir hier sprechen, die uns hilft zu identifizieren, ob Patienten dann zu so einer seltenen Gruppe kommen. Das führen wir sehr gerne durch, aber heutigen Stand ist, wir entdecken viele Veränderungen, aber nur für wenige Patienten hat es eine Konsequenz. Und das ist hier ein Beispiel, um das nur numerisch mal aufzuzählen. Das ist die gesammelte Weisheit von elf Studien zu diesem Thema, da sind mehr als 13.000 Patienten molekular charakterisiert worden. Und jetzt nur als ein Beispiel, wenn man von den 13.000 jetzt mal 1.000 nimmt, um es leichter runterzubrechen, also 1.000 Patienten, die eine molekulare Testung haben, davon haben immerhin 40 Prozent, also 400, eine mögliche genetische Veränderung. Aber nur für 120 von denen ist möglicherweise auch eine passende molekulare Therapie verfügbar. Und nur zwischen 8 und 30 von denen hat von dieser neuen molekularen Therapie dann einen Nutzen. Wenn der Nutzen da ist, dann ist er groß. Aber Sie sehen, wir müssen sehr viele Patienten testen und die Patienten, für die dann wirklich sich das Leben, die Therapie entscheidet, der Anteil ist heute noch sehr, sehr gering. Und wir sind dabei, bessere molekulare Tests durchzuführen. Wir haben hier verschiedene Kompartimente, wie wir sagen, verschiedene Orte, wo wir schauen, wo diese molekularbiologischen Veränderungen sind. Manchmal an den Primärtumoren, manchmal sieht man das Ganze auch eher an den Metastasen. Wir sehen eben nach den Informationen, nach den molekularbiologischen Informationen, die wir finden können, entweder in dem Primärtumor selbst oder in Metastasen, das sind die Biopsien, die wir dann brauchen, also nochmal eine Gewebeprobe. Aber als ein ganz neues Instrument ist eben, dass wir möglicherweise heute schon und in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel mehr auch Tumordiagnostik aus dem Blut machen können. Das heißt also nicht nur aus dem Gewebe, wenn wir das Gewebe punktieren, sondern tatsächlich dann eben auch aus dem Blut, also mit einer Blutentnahme, um eben dort zu gucken, ob da diese genetischen Veränderungen vorhanden sind. So, das ist jetzt ein sehr buntes Bild. Auf diesem sehr bunten Bild sehen Sie so einen elektrischen Schaltkreis und der zeigt, kein elektrisches Schaltkreis, sondern der soll symbolisieren, wie viele Mutationen so eine Tumorzelle denn eigentlich hat. Und das leitet über auf den zweiten Weg der molekularen oder der verbesserten Tumortherapien, die wir heute haben. Weil es sind so viele Mutationen, dass wir mitunter gar nicht wissen, welche kommt denn davon besonders in Frage. Einer, der weiß, welche Mutationen besonders relevant in Frage kommt, das ist das Immunsystem von betroffenen Patienten. Und das war das Thema der letzten Jahre und ich habe diese beiden Zeitungsüberschriften vielleicht nur dabei, um diese schnelle, die Geschwindigkeit der Entwicklung aufzuzeigen, weil was 2012 noch als Breakthrough of the Year, also das heißt, der Durchbruch des Jahres, in einem Wissenschaftsmagazin wie Science gewesen ist, das war 2018 schon die Zeit und der Nobelpreis. Das ist die Entwicklung der Krebsimmuntherapie, das heißt, der neuen Ansätze, wie wir dem Immunsystem wiederhelfen zu erkennen, was gesunde Körperzellen sind und was Tumorzellen sind und wo das Immunsystem mit den Tumorzellen auch das tun soll, was es gut kann, nämlich Tumorzellen wieder als Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. Und das ist im Prinzip der Ansatz, den ich Ihnen in ähnlicher Form vorhin schon gezeigt habe, nämlich, dass auf der linken Seite Tumorzellen Antigene, das heißt Zelloberflächeneigenschaften haben und dass man dann dem Immunsystem rechts wieder genau diese Killerzelle, diese Killer-Immunzelle hilft, Tumorzellen als Tumorzellen zu erkennen und eben dann auch zu zerstören, wie und wer auch immer mit welchen Mechanismen das passiert. Da gibt es eben verschiedene Ansätze, zwei habe ich hier aufgeführt, zwei Schlagworte, Ipilimumab oder CTLA-4-Blockade oder die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren des PD-1-Pathways, Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab. Das sind eben die Medikamente, die wir heute in der Tumormedizin sehr häufig einsetzen, die das Immunsystem wie gesagt wieder auf die Spur bringen, Tumorzellen zu bekämpfen und die eben helfen, hier eine Tumortherapie erfolgreich sein zu lassen. Und eine unserer Hauptfragen ist natürlich heute, was können wir denn tun, um Tumoren, die nicht gut auf Immunsystemen, auf Immuntherapien reagieren, dafür wieder reagibel oder erst recht reagibel zu machen. Also das ist sicher noch ein großer und schwerer und weiter Weg. Da sehen Sie viele Fragezeichen für Kombinationen von Immuntherapien, aber das ist der Weg, wo ich sehr sicher bin, dass wir in der Zukunft den gemeinsam sehr schnell vorangehen werden. Damit bin ich fast schon am Ende und möchte zuletzt natürlich auf eine Frage eingehen, die ich fast bei jedem dieser Vorträge gestellt bekomme. Wird es eine Zeit geben, bei der wir gar keinen Tumor mehr haben, keinen Krebs mehr haben? Kann Krebs komplett besiegt werden? Nun, ich glaube, die Antwort ist sehr schwer. Ich glaube, wir können Krebserkrankungen immer weiter und immer besser behandeln, aber wir müssen uns auch dessen Bewusstsein, dass wir einen riesen Gegner haben und werden wir den komplett aus dieser Welt bringen? Ich persönlich glaube es eher nicht. Wir haben natürlich viele Ansätze und viele Ansätze, die wir zusammentragen müssen und ich habe jetzt sehr viel über medikamentöse Behandlung von bestehenden Tumorerkrankungen gesprochen. Aber wir haben natürlich auch das Thema, dass wir Vorbeugung, Prävention, Früherkennung haben und dass wir das mitunter nicht nur mit Nachgucken haben nach der Früherkennung, sondern mitunter auch mit etwas tun, nicht nur nachgucken, sondern auch aktiv behandeln. Und Sie wissen, dass wir zum Beispiel jetzt, wo wir gerade auf einen Impfstoff für das Coronavirus warten, vor jetzt inzwischen auch schon fast 15 Jahren einen Impfstoff für eine sehr häufige Erkrankung bekommen haben, nämlich Papillomaviren, die zum Gebärmutterhalskrebs geführt haben. Eine Impfung, die heute als Impfung, als Antikrebsimpfung Standard geworden ist und die, glaube ich, einen Riesenschritt in der Tumormedizin nach vorne geht. Und wir sind natürlich in einem Gesundheitssystem, das sehr, sehr privilegiert ist, wo wir diese Impfung heute uns Kindern und Jugendlichen anbieten, dass sie gar nicht erst an diesen Krebserkrankungen erkranken werden. Aber wir haben auf der anderen Seite, wird Krebs je besiegt werden? Ich habe hier ein Bild aus Indien gemalt. Das Thema ist häufig wahrscheinlich in Zukunft Gewährmutterhalskrebs kein Thema mehr, das wir in der Westeuropa haben. Aber es wird global noch ein Riesenthema sein, weil Sie können sich vorstellen, bis so ein Impfstoff auch in Entwicklungsländern verfügbar ist, da wird noch ein Riesenschritt vorhanden sein. Dann das Zweite ist, können wir Blut im Blut Krebserkrankungen erkennen? Es gibt große Studien, hier jetzt ein Aufruf einer Studie vom April, wo, Sie sehen es hier unten, mehr als 120.000 Frauen aufgerufen sind, in den Vereinigten Staaten an einer Krebsfrüherkennungsstudie teilzunehmen, die nur Blut kontrolliert und die im Blut genau das nachschauen will, was auf dieser Folie in Englisch steht, nämlich, dass es möglicherweise einen Bluttest gibt, der für frühe Stufen für Brustkrebs spricht. Also das heißt, keine Mammographie in Zukunft, sondern möglicherweise Bluttests, die eben zeigen, ob Tumorzellen, genetische Veränderungen auch da schon sind und das dann unsere Vorsorgeuntersuchung schon sehr, sehr früh und sehr gut ergänzen wird. Und die gesamte Veränderung, die zeigt sich sozusagen, glaube ich, hier in dieser Situation, dass wir heute, und ich habe da sehr viel drüber gesprochen, Medikamente haben, dass wir aber unsere Medikamente in der nächsten Stufe weiter und besser anpassen müssen, genauer und treffsicher machen müssen. Und der nächste Schritt ist der, wo wir, ich hatte es vorhin rein numerisch gezeigt, 1000 Getestete, aber nur 8 bis 30 damit dann speziell Behandelte für sehr wenige Patienten diese individualisierten Behandlungen haben und anbieten können. Also, Frage, kann Krebs besiegt werden? Ich glaube nicht. Über diesen Schritt der molekularen Medizin werden wir sicher sehr viel mehr Patienten sehr viel besser und länger helfen können. Aber die Riesenfortschritte müssen sich ja in der Früherkennung, in der Vorsorgeuntersuchung und möglicherweise auch tatsächlich in der Prävention, wie mit Impfstoffen etc. erfolgen. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich fertig. Eine letzte Folie, eine letzte Folie, die ich aus dem Süddeutschen Magazin im Dezember geklaut habe. Und die Süddeutsche Zeitung hat da sozusagen sehr schön die auf dem rechten Bild die Technologie gehabt, die Technologie, die wir in der Medizin haben. Technologie, in dem, wie ich es Ihnen gezeigt habe, moderne Diagnostik, moderne Medikamente, moderne Bildgebung, auch solche Dinge wie Apps und wie Digitalisierung in der Medizin. Das ist dieses große Gittergeflecht, das diese Ärztin in der Hand hat. Und da steht ein negatives Szenario, weil Sie sehen im Hintergrund, da steht die hilflose Patientin oder der Patient hebt die Hand und winkt. Und keiner sieht ihn, weil die Medizin zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und zu sehr um sich selbst herumdreht. Und das positive Szenario ist auf der linken Seite, all diese modernen Instrumente, die müssen wir parat haben, die müssen wir in unseren Taschen haben. Aber das Wichtige ist, dass wir als Ärzte, Krankenpfleger, Gesundheit im Gesundheitswesen Tätige uns dennoch besonders um den Patienten kümmern, den nicht aus den Augen verlieren. Und alles, was wir hier haben, alles, was ich Ihnen gezeigt habe, kann uns nur helfen, den Blick auf Sie, auf Ihre Angehörige und auf alle besser zu haben. Vielen Dank soweit fürs Zuhören. So, jetzt bin ich auf Ihre Fragen gespannt. Ich bekomme Ihre Fragen. Vielen Dank für die, Dank für den Dank, für den Vortrag sozusagen. Ich bekomme Ihre Fragen sozusagen hier über die Chatfunktion und habe eine Frage eines Betroffenen, der eine Operation hatte mit einer Lymphozele nach Prostatektomie, also das heißt mit einer Aussackung des Lymphgefäßsystems, nachdem die Prostata offenbar entfernt worden ist. Gute Frage, was man da tun kann. Ich muss Ihnen sagen, ich bin etwas ratlos. Ich würde Ihnen raten, das mit Ihrem Urologen zu besprechen, der Sie operiert hat. Wenn das eine Aussackung des Lymphgefäßsystems ist, das Ihnen da Beschwerden macht, kann es mitunter der beste Weg sein, dass man sowas nochmal mit einem kleinen Eingriff nochmal behebt, nochmal revidiert, aber eine genaue, detaillierte Auskunft für solche operativen Fragen, das sollte Ihnen der Urologe geben, der da bei der Operation mit dabei war oder ein Urologe, der Sie betreut. So, weitere Fragen. Ich sehe, man schreibt, aber noch nichts da. Gut. Frage, welchen Krebs kann man am besten erfolgreich behandeln? Zwei gute Antworten darauf. Zum einen den Krebs, den man früh erkennt, weil frühe Stadien kann man so mit einer höheren Wahrscheinlichkeit heilen und zur Heilung mit all den Disziplinen, die dazugehören, Chirurgie, Radiotherapie, interventionelle Therapie, medikamentöse Therapie. Also das ist eine Frage, es hängt vom Stadium ab, aber auf der anderen Seite, und das war das, was ich versucht hatte, Ihnen zu erklären, man kann den Krebs besonders gut behandeln, den man molekularbiologisch erkennt und weiß, was diesen Krebs denn zum Krebs macht und was ihn von dem gesunden Gewebe nebendran unterscheidet. Also das sind die beiden Antworten. Die eine ist früh erkennen, die andere ist gute Medikamente dann haben, wenn man ihn nicht mehr heilen kann, aber wenn man trotzdem den Krebs gut erkennt, was ihn eben sozusagen die Krebserkrankung zur Krebserkrankung macht. Eine onkologische Reha, ob ich eine onkologische Reha empfehlen kann auf Sylt. Nun, die onkologische Reha auf Sylt gehört bei uns zum Asklepios Tumorzentrum mit dazu. Das Asklepios Tumorzentrum ist eben der Zusammenschluss von den sieben Kliniken hier in Hamburg, den sechs medizinischen Versorgungszentren und eben auch den Reha-Kliniken. Die Reha auf Sylt gehört dazu und ich kann sicher die Einrichtungen, die wir uns im Asklepios Tumorzentrum, wo wir uns zusammengeschlossen haben, wo wir Standards entwickeln, kann ich sicher ganz uneingeschränkt empfehlen. Das gilt auch für die Reha-Klinik auf Sylt. So, wie sieht die Forschung und die Praxis in Bezug auf Mikrobiom und Krebs aus? Ja, da habe ich mir eine Lücke in meiner Darstellung erlaubt. Mikrobiom, das heißt, ich habe jetzt sehr viel dargestellt, wie kann das Immunsystem was gegen Krebs tun und was können wir mit Medikamenten gegen Krebs tun, wenn wir wissen, was bei einem Krebs mutiert oder verändert ist. Jetzt ist die Frage, was macht das Mikrobiom? Das Mikrobiom, das sind alle Lebewesen im Körper, für die, die es nicht wissen. Also das heißt, das sind die Bakterien, die wir im Körper haben und das sind gerade, wenn man das in den Darm, Magen, Darm anguckt, sehr, sehr viele. Jetzt ist die Frage, die Zusammensetzung dieser Bakterien, hat das einen Einfluss auf Krebsentstehung und Krebstherapie? Und da ist die Antwort, wahrscheinlich, in Klammern höchstwahrscheinlich, ja. Wir wissen, dass verschiedenes Mikrobiom, verschiedene Zusammensetzungen der Bakterien für unterschiedliche Prognose verantwortlich sein kann und auch möglicherweise für eine unterschiedliche Therapieauswahl. Das ist eine sehr frühe Entwicklung. Also die Antwort, spielt das eine Rolle? Ja. Die Antwort auf die Frage, wann hat das therapeutische Konsequenzen? Da muss ich sagen, noch warten, weil das können wir noch nicht sagen, da brauchen wir noch mehr wissenschaftliche Untersuchungen. Weiter Frage, kann man den Krebs aushungern? Nö. Also, man kann aushungern im Sinne von dem, dass man Stoffe wie Treibstoffe, Ernährung, Sauerstoff den Krebszellen wegnimmt. Das ist ein Ansatz, das kann man tun. Das wird man tun, so auf dieser Basis, dass man Substrate, wie man sagt, dem Krebs für seinen Stoffwechsel nicht zur Verfügung steht. Das funktioniert theoretisch und funktioniert auch sehr bedingt therapeutisch. Also ein Therapieansatz ist zum Beispiel, dass man die Sauerstoffversorgung von Krebszellen reduziert durch Medikamente. Wenn aushungern aber heißt, sich weniger ernähren oder gewisse Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen, Krebs mag oder mag nicht, Erdbeeren, Himbeeren, wie auch immer, das ist nicht erfolgreich. Also das heißt, über Diäten oder über irgendwelche sonstigen Maßnahmen kommt man da nicht ran. Über spezielle Medikamente, die irgendwo im weitesten Sinne in Anführungszeichen aushungern, ja, das ist ein Ansatz. Aber für die, wenn aushungern jetzt Ernährung und hungern heißt, dann bitte, klar das Nö, da bitte nichts tun. Gut, weitere Frage nochmal, kann Krebs als chronische Erkrankung behandelt werden? Ja, das ist so ein bisschen die Zielsetzung, die wir haben. Die Frage, die mir gestellt worden ist, ist eben, kann man Krebs besiegen? Da war meine Antwort, nee, Krebs wird sich immer wieder, Krebserkrankungen, Krebszellen werden sich immer wieder Wege suchen, wie sie denn da sind. Jetzt aber die Frage, kann man das als chronische Krankheit lange Zeit führen, ohne dass es zu einer raschen Verschlechterung kommt und können gute, moderne, gut verträgliche Medikamente helfen, eine akute Krebserkrankung unkontrolliert in eine chronische und kontrollierte Krebserkrankung zu machen? Und da ist die Antwort, ja, das kann man tun. Also selbst bei nicht heilbaren Erkrankungen kann man und versucht, man Krebs nicht heilbar ist, mit chronischen Medikamenten trotzdem eine sehr gute Lebensqualität bei einer langen Lebenszeit rausholbar ist, auch wenn die Krankheit nicht mehr heilbar ist. Als ein Beispiel, als das Kraftwerk für diese Leukämie-Zellen, ist ATP typisch für Krebs ist die Frage oder nicht? Die Antwort ist, nee, ATP ist ATP, das ist ein relativ simples Molekül, aber diese Tasche, in die das ATP, das aktivierende Molekül, sich reinsetzt, um die Tumorzelle zur Teilung anzuregen, die ist bei jeder Krebserkrankung unterschiedlich. Und da ist die bei dieser Krankheit, die ich Ihnen vorgestellt habe, der chronisch-myologischen Leukämie, anders als die ATP-Bindungstasche bei anderen Tumoren. Bei manchen Tumorarten spielt die gar keine Rolle. Bei dieser Krankheit CML spielt das eine Rolle. Also das heißt, das, was gebunden wird, ist gar nicht relevant. Die Frage ist, wie weit hängt die Krebserkrankung von dieser Bindung ab, das Wachstum der Krebserkrankung, und wie ist diese Bindungsstelle konfiguriert und nicht das ATP selbst. So, wie sieht die Forschung, Praxis in der Nanotransportersteuerung durch Magnetfelder, Entladung und Wärme und Licht an? Das ist in der Tat eine spannende technologische Frage, auf die ich gar nicht eingegangen bin. Aber in der Tat ist auch die Nanotechnologie, das heißt Magnetpartikel oder Partikel, die Ladungen, Teile, Substanzen tragen und die dann gezielt in Körperregionen verbracht werden, ist ein riesen spannendes Feld der Entwicklung. Ich habe es deswegen nicht erwähnt, weil es noch ein sehr frühes Feld der Entwicklung ist. Aber ich bin mir sehr sicher, ich habe ihn jetzt als moderne Therapien, zielgerichtete Therapien und Immuntherapien aufgezeigt. Da gehören noch andere sehr moderne dazu. Aber ich bin sehr davon überzeugt, in drei, vier Jahren wird auch die Nanopartikeltherapie bei so einem Vortrag eine große Rolle spielen. Eine extrem gute Frage, aktuell aber noch vielleicht drei, vier Jahre zu früh, um wirklich das Potenzial gut abschätzen zu können. Jetzt kommt eine spezielle Frage zum Blasenkrebs. Rezidiv bei Progradienz, ja, was macht man? Blasenkrebs ist eine Krankheit, eine Krankheit, die man mit verschiedenen Methoden beeilen kann. Die Chirurgie spielt eine große Rolle. Das heißt, das Wegschneiden, die operative Therapie. Wir wissen, dass eine unspezifische Immunantwort durch eben diese BCG-Therapie, das heißt, durch die Induktion einer Immunantwort, durch die Injektion von abgetöteten Bakterien ausgelöst werden kann. Das ist tricky, das ist ein interessanter Ansatz. Ein dritter Ansatz ist die Strahlentherapie, ein vierter ist die medikamentöse Therapie. Bei der medikamentösen Therapie waren das bislang irgendwie so ein bisschen in die Jahre gekommenen Chemotherapien. Aber das Feld, das ich gerade vorhin dargestellt hatte mit der Immuntherapie, das ist gerade beim Blasenkrebs eins, das sich da sehr breit macht. Blasenkrebs ist meistens recht sensibel auf diese modernen Immuntherapie-Antikörper. Und jetzt Ihre Frage, was ist das Beste an Therapieoptionen, das kann ich so allgemein sicher schwer beantworten, sonst muss man natürlich genau gucken, was war bisher schon in Behandlung, wo ist gerade das Problem, wie sieht es aus, was steht im Vordergrund der Behandlungsmühe. Aber eine dieser vier Therapieformen muss man dann sozusagen speziell dann sich da festlegen oder abstimmen. Aber wichtige Information, Immuntherapie ist da neu dazugekommen. Das war jetzt echt eine ganze Menge Frage und es geht weiter. Gibt es eine bestimmte Ursache für Krebserkrankungen oder ist es eine autoimmune Krankheit? Das war der Anfangsteil meines Vortrags. Also autoimmun ist das nicht. Auch wenn das Immunsystem eng mit Krebs in Verbindung steht, aber autoimmun heißt ja, das Immunsystem löst die Krebserkrankung aus. Auch das gibt es, aber das sind wirklich ganz seltene Tumorarten. Die meisten Erkrankungen entstehen durch Mutationen und eben diese Mutationen kommen entweder durch äußere Einflussfaktoren, Ernährung, Umweltbelastung, Sonnenstrahlen, Radioaktivität etc. Oder, und das ist wirklich ein und oder, sie entstehen rein zufällig und auf der Basis von wirklich Pech gehabt, rein zufällig. Und das ist sozusagen das, was in der Wissenschaft sind die äußeren Einflussfaktoren relevanter wie Umweltfaktoren, Ernährung, Sonne, kann man da was tun, wenn man besonders gesund lebt? Oder ist es andere Sichtweise, ist es doch ganz überwiegend vor allem zufällig, also vor allem einfach Pech, weil diese Mutationen entstehen. und was da die prozentuale Zusammensetzung ist, kann man eher was dafür tun, ja oder nein? Das ist wirklich eine ungeklärte Frage von Krebsart zu Krebsart unterschiedlich, aber vielleicht ist als Resümee, wir haben einen ganz großen Teil von einfach irgendwie wirklich Pech, dass sowas zufällig im Rahmen der Alterung des Körpers entsteht, aber es schadet auf keinen Fall, die äußeren Einflussfaktoren, die Krebs auch auslösen können, möglichst gering zu halten und sich einen entsprechenden gesunden Lebensstil ausgewogener Ernährung, viel Bewegung anzugewöhnen. So, jetzt habe ich noch eine Frage hier. Welche Rolle spielen Naturwirkstoffe in der Prävention, in der Therapie und der Behandlung von Neben- und Nachwirkungen? All diese Stoffe, die wir in der ersten Generation von Tumortherapien haben, die sind in der Tat Naturwirkstoffe gewesen. Wir haben gesehen, Chemotherapien zum Beispiel mit die häufigsten und effektivsten Chemotherapien, die verwendet worden sind, sind zum Beispiel aus Pflanzengiften abgeleitet. Weil wir gesehen haben, Pflanzengifte sind giftig, weil sie verhindern die Zellteilung, also wirken sie auch beim Tumor. Sie meinen aber mit der Frage wahrscheinlich wirklich eher naturheilkundliche Substanzen. Kann man die zur Therapie von der Krebserkrankung einsetzen? Da würde ich fast sagen, fast immer nein. Fast keine dieser Substanzen hat einen Einfluss auf die Tumorerkrankung. Jetzt kommt die Frage zur Behandlung von Nebenwirkungen und zur Prävention vor Nebenwirkungen. Da ein definitives Ja. Es gibt unglaublich viele Naturstoffe, Pflanzenstoffe, natürliche Stoffe, die Nebenwirkungen behandeln oder abschwächen können. Und das ist jetzt sozusagen von Behandlung zu Medikament zu Erkrankung unterschiedlich. Aber als generelle Antwort, die Tumortherapie hängt nicht sehr an den Naturheilstoffen. Im Gegenteil, da muss man eher auf die Nebenwirkungen und Interaktionen aufpassen. Aber die Nebenwirkungen, die kann man sozusagen sehr gut damit entweder verhindern oder abmildern. und das braucht eine gute Beratung in der Situation. Wenn Sie eine konkrete vor Augen haben, dann müsste man die eben konkret mit Ihrem Onkologen besprechen. So, jetzt haben wir noch mal die Frage nach Eierstock-Zysten, Eierstock-Krebs, Stärkung des eigenen Immunsystems. Ja, da gilt es wieder, wie vorhin auch schon gesagt, das Immunsystem soll Tumorzellen bekämpfen. Das Immunsystem muss Tumorzellen erkennen und eine Stärkung des Immunsystems ist da sicher gut, also eine Stärkung, wie auch immer man die erreichen kann, aber sehr wichtig ist auch, dass man das Immunsystem noch von außen jetzt mit moderneren Medikamenten noch einen gewissen Schub geben kann, dann noch besser schon entstehende Tumoren oder entstandene Tumoren zu behandeln. Also das heißt, das Immunsystem gut in Schuss zu halten, wieder das Stichwort ausgewogene Ernährung, gesunde Lebensführung etc. ist vernünftig, und wenn es wirklich schon Tumoren sind, die so weit fortgeschritten sind, dass das nicht mehr reicht, dann kann man eben das Immunsystem mit modernen Therapieprinzipien auch nochmal angehen und da in die Position bringen, nochmal Krebserkrankungen zu behandeln. Jetzt kommen zwei Fragen zum Thema invasive Therapien. Die sind sehr gut, also können durch Bestrahlung Metastasen gekillt werden und die andere Frage sind invasive Therapien, also Operationen oder externe Bestrahlung die Ladenhüter oder sind die Krebstherapie noch brauchbar. Also sie wirken und deswegen sind sie auf keinen Fall Ladenhüter. Eine Bestrahlung kann Metastasen fast vollständig zerstören. Wenn es kleine Metastasen sind, kann eine Bestrahlung genauso gut wie eine operative Entfernung sein. Also das heißt, wir sind extrem froh, dass wir die Strahlentherapie haben, aber wir müssen natürlich gucken, wo die Strahlentherapie besonders einsetzbar ist. Eine Strahlentherapie ist dann dort gut einsetzbar, wenn Metastasen sehr begrenzt sind, weil eine Bestrahlung natürlich nur an wenigen Stellen wirken kann, während eine medikamentöse Therapie überall wirken kann. Und deswegen sind wir froh, dass wir die Bestrahlung haben, auch dass wir die modernen Präzisionsbestrahlungen haben, weil die uns helfen, zusätzlich zur sonstigen Therapie auch noch Metastasen zu kontrollieren. Und ganz häufig können wir bei einer auch unheilbaren Situation, wenn wir wissen, Patient wird nicht mehr geheilt werden, es wird eine chronische Krebserkrankung, auf eine medikamentöse Therapie eine ganze Zeit lang verzichten, wenn nur noch wenige Metastasen da sind und wenn die dann bestrahlt werden. Also das heißt, eine Bestrahlung kann die medikamentöse Therapie ersetzen, ergänzen und umgekehrt. Deswegen haben wir die Tumorboards, die Tumorkonferenzen eigentlich bei jedem Patienten, wo wir in einer Therapieentscheidung stehen, um einfach auch zu gucken, ob solche Verfahren wie Operation, Strahlentherapie, interventionelle Therapien und medikamentöse Therapien, wie die möglichst optimal zusammenkommen. Jetzt kommt eine Nachfrage zum Thema der Misteltherapie, zu den naturheilkundlichen Verfahren. Misteltherapie speziell, für die gilt vielleicht ganz besonders das, was ich gesagt habe. Wir haben aus den Untersuchungen zur Misteltherapie gesehen, dass die gut ist, wenn es darum geht, Nebenwirkungen zu verhindern und insbesondere Nebenwirkungen zu behandeln. Da können Mistelpräparate helfen, nicht bei allen Patienten, aber keine Medizin hilft bei allen Patienten. Wir haben aber auch gesehen, und das ist eine Wahrheit, die in manchen Schwerfeld zu ertragen, aber wir haben sehr viele Untersuchungen zum Thema Misteltherapie und zum Thema Einfluss in der Tumortherapie gehabt und in der Tat haben Misteltherapien keinen Einfluss auf die Auswirkungen von Tumorerkrankungen, weder gut noch schlecht. Es hilft sehr häufig, die Verträglichkeit von Tumortherapie günstiger zu machen, also Stichwort wieder Nebenwirkungen. Damit tragen sie sicher zum Therapieerfolg mit bei, aber keine Misteltherapie kann eine medikamentöse Therapie oder sonstige Therapie ersetzen. Das wäre ein Trugschluss und das sage ich sehr klar, weil da haben wir inzwischen auch wirklich sehr genügend Daten, die das belegen und ich glaube, dessen müssen wir uns auch so stellen. So, jetzt Frage nach der künstlichen Intelligenz, der Diagnostik, Therapie, Nachverfolgen. Ja, ich habe es ganz zuletzt in meinem Abschlussbild gesagt von dieser Ärztin, die dieses wunderbare Prismengitter da in die Kitteltasche steckt und in meinen letzten Folien, die sagen, wir haben moderne Medikamente, wir haben jetzt eine gute diagnostische Schiene, wir haben zielgerichtete Therapien, jetzt ist die Frage, wie bringen wir die Dinge zusammen und da ist die Digitalisierung sehr, sehr wichtig, weil Sie sehen allein schon aufgrund der Vielzahl von Mutationen, die wir hier haben oder von Veränderungen, das kann man gar nicht als analoger Mensch mit dem analogen Wissen überschauen, sondern da muss man das Wissen über Erfolgsberichte aus großen Datenbanken, aus großen digitalen Tumorverlaufsbanken, aus großen molekularpathologischen digitalen Banken ziehen, wie denn erfolgreicher Verlauf und molekulare Situationen gut zusammenkommen. Aber die Digitalisierung ist auch in anderen Gebieten wichtig, unendlich vielen Gebieten und das kann Screening und Prävention sein, Sie haben das in Ihrer Frage erwähnt, ein Beispiel ist zum Beispiel Hautkrebs, man kann zum Beispiel sehr gut heute mit digitalen Fotomethoden, Läsionen in der Haut, die man auf der Haut sieht, fotografieren, digital auswerten und sagen, das sieht eher verdächtig aus wie Hautkrebs oder sieht eher unverdächtig aus. Und die Trendschärfe in diesen ersten modernen, ersten Studien, die so moderne digitale Diagnostiktools zum Thema Hautkrebs haben, die sind verdammt gut, die sind zum Teil besser, als wenn Ärzte das tun. Und das Gleiche gilt für Röntgen, Röntgenbefundung, Bildgebung, auch da digitale Auswertung, was sieht man an Veränderungen, was heißt es, ist es eher gut oder bösartig, aus großen Datenbanken abgeglichen, das sind schon verdammt powervolle Instrumente, die wir haben. Ich bin ganz sicher, dass wir das in den nächsten Jahren auch zunehmend und immer mehr, schrittweise mehr in der Routine haben werden. Also viel Ansatz für viele digitale Gebiete, vom Screening über die Diagnostik bis hin zur besten Therapieauswahl und natürlich auch solche Dinge wie digitale Patiententagebücher und sowas, die wir ganz dringend brauchen, um einfach auch besser zu verstehen, wie es Behandelnden unter einer Therapie wirklich geht, damit wir auch über den digitalen Verlauf, über den digitalen Medien erfassten Verlauf wirklich gut abschätzen können, wie denn die Therapieeffekt wirklich auch für den Patienten ist. So, jetzt noch so eine Biotechnologie-Frage. Tissue Engineering, das heißt also, spielt entnommenes Gewebe und ist wieder Anzüchten von entnommenem Gewebe in der Tumormedizin eine Rolle? Auch hier ist die Antwort ja, besonders in der Tumormedizin, die reproduktive oder rekonstruktive Medizin ist. Noch zu früh, noch nicht in der Klinik, aber Weichteilgewebe, das also irgendwie künstlich gezüchtet wird, um zum Beispiel eine Ohrmuschel wieder als Ohrmuschel erscheinen zu lassen oder andere Dinge, ist gerade in den Versuchsphasen, spielt aber in dem täglichen Einsatz der Tumormedizin noch keine Rolle, aber ist ein großes Entwicklungsfeld. Da habe ich was vergessen. Die Stärkung des eigenen Immunsystems ist da oben noch da, auf die bin ich schon eingegangen, das eigene Immunsystem, es ist eine unspezifische Antwort, aber sie ist die beste Antwort. Das eigene Immunsystem stärken Sie über Bewegen, körperliche Aktivität, normales Gewicht halten und vernünftige und ausgewogene Ernährung. Und das ist eigentlich alles. Sie brauchen keine Zusatzvitamine, Sie brauchen keine Zusatz Nahrungsergänzungsmittel, jedenfalls, wenn Sie keinen Mangel haben. Das Immunsystem ist sozusagen extrem reagibel auf genau dieses normale, in Anführungszeichen gesunde Leben. Und das ist das, was ich meinen Patienten auch meistens sage, wenn sie sich wirklich was Gutes tun, dann statt dass sie ihr Geld in die Apotheke zu Nahrungsergänzungsmitteln tragen, zur Stärkung des Immunsystems, fahren sie lieber, wenn es demnächst hoffentlich bald wieder möglich ist, an die Ostsee oder raus und laufen in zwei Stunden. Das ist was, klingt furchtbar banal, aber ist für das Immunsystem weitaus produktiver als alle anderen Dinge, die man so vielleicht auf der Agenda hat als Krebspatient. So. Frage wieder Naturheilkundlicher Arzt, Neuerkenntnisse zu Vitamin-C-Hochdosis-Infusionen. Nee, wir wissen, dass wir es eigentlich damit in der Tumormedizin relativ wenig anfangen können. Und es gibt sogar Konstellationen, wo hochdosiertes Vitamin-C sogar für die Wirksamkeit der Tumortherapie schädlich ist. Es ist so ein Stichwort, hochdosiertes Vitamin-C fängt freie Radikale, die als schädlich beschrieben werden. Und diese freien Radikale, diese Sauerstoffpartikel, die werden tatsächlich durch Vitamin-T abgefangen. Aber freie Radikale ist zum Beispiel auch das, womit eine oder manche Chemotherapien funktionieren. Und es gibt durchaus Patienten, die mit hochdosiert Vitamin-C sich, wenn sie unter einer Therapie stehen, den Effekt ihrer Therapie selbst vermasseln, weil sie den Effekt, der da entsteht, durch die hochdosierte Vitamin-C Gabe abfangen. Also es heißt, hochdosiertes Vitamin-C ist es sinnvoll? Ich glaube nicht. Ist es sinnvoll mit Tumormedizin zusammen? Gut nachfragen mit dem Onkologen? Wahrscheinlich eher nicht. Und kann es sinnvoll sein, wenn man einen Wahnsinns-Vitamin-Mangel hat? Ja, dann ja. Aber wie jetzt gerade schon gesagt, Vitamin-C ist ein Vitamin, das ja so in vielen Nahrungsmitteln drin ist. Also das heißt, da schaffen wir es eigentlich kaum, in einen richtig manifesten Mangel zu kommen, wenn wir uns halbwegs vernünftig ernähren. So, jetzt wir schwanken immer zwischen Naturheilkunde und Technologie. Wieder rüber zu Technologien in den Fragen. In welcher Zeit verdoppelt sich medizinisches Wissen alle drei Monate? Ja, das ist so die Maßzahl, die man sagt, zwischen drei und sechs Monaten und daher, ich glaube, es war auch Ihre Frage über die Digitalisierung. Das brauchen wir deswegen schon. Deswegen ist die Digitalisierung notwendig, weil wir sehr, sehr viel von dem Wissen, das wir heute brauchen, das wir haben, das uns zur Verfügung steht, wir selbst als Menschen gar nicht mehr haben können. Und ich hatte Ihnen vorhin beispielhaft diese vielen Gene, Genmutationen gezeigt. 320 Gene, die alle in verschiedenen Konstellationen zueinander mutiert, nicht mutiert sein können. Da können Sie sich mal ausrechnen, wie viele Konstellationen es davon gibt. Schon da ist klar, brauchen wir Digitalisierung. Jetzt ist dann die Frage, wenn Zehntausende von Patienten mit diesen Genclustern auf diesen Basis beruhend behandelt worden sind, was lernen wir daraus? Ja, da verdoppelt sich, vervielfacht sich medizinisches Wissen und wir brauchen da, das war Ihre Frage vorhin ganz klar aufgrund dieser raschen Verdopplung ganz klar die Digitalisierung in der Medizin, um dem überhaupt Herr werden zu können. So, jetzt haben wir wieder, gehen wir wieder auf die rechte Seite der Naturheilkunde. Sind Paranüsse sinnvoll wegen Selenmangel? Um Sie ihn ehrlich sagen, ich bin überfordert, weil ich nicht weiß, wie viel Selen in Paranüssen ist. Wir wissen, dass Paranüsse ganz interessant zu den Nüssen gehören, die in der Prävention von Darmkrebs eingesetzt werden können, wenn Patienten Darmkrebs hatten und wenn sie verhindern wollen, dass sie wieder Darmkrebs kriegen. Da gab es eine amerikanische Studie, die den Effekt von Paranüssen oder von überhaupt Nüssen dieser Gruppe untersucht hat und in der Tat war das offenbar protektiv. Aber das ist das einzig wirklich gerade Neue, was ich Ihnen zum Thema Nüsse beibringen kann. So, jetzt kommen wir in die Viren. Viren gegen Krebs, Viren in die Krebszellen eindringen und die zerstören, so wie jetzt in der Corona-Krise Viren in die Zellen eindringen. Und das ist eine spannende Frage. Wann können wir Viren in der Krebstherapie handhabbar machen? Ja, das ist unterwegs. Es gibt zwei zugelassene Medikamente, die auf Virenbasis beruhen. Eins ist beim Hautkrebs zugelassen, eins beim Prostatakrebs. Die sind nicht wahnsinnig wirkungsvoll, darum sind die nur so am Rande der Therapie, Schema oder der Therapieoption. Aber die neue Generation von Viren, die in der Entwicklung ist, das sind sogenannte onkolytische Viren. Onkolytisch heißt, das sind Viren, die in die Tumorzelle einbringen und die Tumorzelle auflösen. Also im Prinzip genauso wie jetzt diese Corona-Situation in der Tat ist, wie das Coronavirus. Hier dringen diese Viren, wie gesagt, in die Tumorzelle ein, lösen eine Immunantwort aus und können die Tumorzelle selbst zerstören. Und wir haben gesehen, dass das in Kombination mit anderen Immuntherapien sehr, sehr powerful ist. Da sind erste größere Untersuchungen am Laufen und wir sind sehr froh, dass wir in Altona hier über unsere klinische Tumorforschungsabteilung auch Zugang zu diesen Substanzen sehr bald haben werden, an internationalen Studien auch teilnehmen, sind ganz in der vorderen Reihe und ich finde es einen wahnsinnig, mich persönlich sehr interessierenden Therapieansatz. Also ist ein spannendes Feld, dranbleiben und da wird es aus Altona News geben dazu. So, Frage, klinische Forschung, wie viel Prozent aller klinischen Studien können die Tonne getreten werden? Keine einzige, weil wir lernen aus all den Studien was. Wenn eine Studie gut gemacht ist, lernen wir immer was, nämlich entweder es wirkt oder es wirkt nicht. Aber Sie haben recht, die Frage ist berechtigt, wenn Sie fragen, aus welchen Prozent der Studien kommt auch ein Medikament denn tatsächlich raus, das eine relevante Verbesserung in der Krebsmedizin darstellt und da ist die Anzahl der positiven Studien, die zu einer Zulassung von Medikamenten führt, wo dann auch die Erstattungsinstitutionen sagen, ja, das ist ein gutes Therapie, das lassen wir zu, das erstatten wir, das ist eine niedrige einstellige Zahl. Also von 100 Substanzen, die in die Klinik kommen, die klinisch untersucht werden, klinische Studien, sind weniger als fünf später im Zulassungsverfahren und nur zwei bis drei dann letztendlich zugelassen. Jetzt suchen Sie die Antwort raus. Wir lernen auch aus den 98 anderen was, nämlich dass es nicht wirkt, aber zwei bis drei sozusagen von 100 Substanzen, die starten, kommen da nur hinter die Ziellinie. Jetzt haben wir Fragen noch mal zu der Anzahl der Krebsfällen, die ansteigen. Ist Krebs eine Krankheit der Zivilisation? Ja, ich habe es in meinen ersten Folien im Eingang gesagt, es ist eine Erkrankung der Zivilisation aufgrund von zwei wichtigen Faktoren. Eine, für die wir was können, nämlich Umweltfaktoren, Ernährung, Exposition zu Risikodingen wie Rauchen, Alkohol etc. Also klar, Zivilisation, Übergewicht, klar Zivilisation. Auf der anderen Seite, da können wir nichts dazu, aber auch Zivilisation, Krebs ist eine Erkrankung des Alters und wir werden immer älter, die Gesellschaft wird immer älter, da sollten wir jetzt mal in erster Linie froh und glücklich sein darüber, aber mit mehr älteren Menschen haben wir auch mehr Krebs. Ist es gut oder ist es schlecht? Es ist zivilisationsbedingt für das eine, für die Umweltfaktoren können wir was tun, für das Alter hoffentlich sind wir froh drum, dass wir alt werden, auch wenn wir im Alter dann an Erkrankungen erkranken, die halt irgendwann auch zum Tode führen, sei es Krebs oder seien es eben immer noch meistens Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also klare Zivilisationsabhängigkeit, ja. So, jetzt eine Frage, Prostatagewebe, sind Bakterien gefunden worden? Ist es gut, schlecht? Gibt es dazu Studien? Wir wissen, dass es gar nicht so selten ist, dass Bakterien im Prostatagewebe sind. Einfach die Nähe von Prostatakrebs zum Darm, zum Enddarm, zum Rektum, die ist einfach so, dass es gar nicht so selten vorkommt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass es keinen sehr großen prognostischen Bedeutung hat. Mag es eine geringe negative Bedeutung haben, möglicherweise, weil es dann halt auch schon eine Prostatarentzündung durch die Bakterien gegeben hat und durch die Entzündung Komplikationen kommen, aber ich glaube, dass es kein sehr starker prognostischer Effekt ist. Und es ist aufgrund des Wachstums des Prostatakrebses häufig in Richtung Darm einfach nicht zu verhindern. Da wird noch geschrieben, ich glaube, ansonsten haben wir tatsächlich alle Fragen, die ich hier sehe. Sind wir auf dem Kiviv sozusagen alle abgearbeitet? So, die Frage jetzt zu gutartigen Tumoren. Gutartige Tumoren, ob die Frage ist, können sich gutartige Tumoren zu bösartigen Tumoren entwickeln? Ja, das können sie. Das ist in der Tat was, was wir sehen, dass gutartige Tumoren entarten können, zu bösartigen Tumoren werden. Das ist nicht sehr häufig, aber das spielt eben darauf hin ab, was wir vorhin eben diskutiert haben. Gutartigkeit und Bösartigkeit, Vermehrung von Tumorgewebe, das liegt häufig sehr, sehr nah beieinander. Und wir müssen eben auch diese gutartigen Tumoren sicher im Blick behalten, um zu sehen, wann sie denn zu bösartigen Tumoren werden. Gut, so, jetzt haben wir die ersten, die sozusagen, ich glaube, die ersten Fragen, die sozusagen so in Richtung Zusammenfassung sich wenden. Und ich glaube, wir haben uns wirklich auch hier extrem intensiv miteinander beschäftigt und ich danke Ihnen sehr für diese vielen tollen Fragen. Ich will als letzte Frage die Frage noch beantworten, die ja eher so eine, ja, wie soll man sagen, wirtschaftliche Frage fast ist. Wie werden sich die Kosten von Krebstherapien entwickeln? Und es ist relativ klar zu beantworten, die Kosten werden höher sein. Moderne Krebstherapien kosten mehr als ältere Krebstherapien. Das wird gesundheitsökonomisch ist es jetzt schon eine Frage, wird auch zukünftig eine Frage werden. Das ist gar nicht leicht, eine richtig gute Antwort zu finden, wie man denn damit umgeht. Ich glaube, wir müssen uns dem ganz einfach stellen, dass wenn wir moderne Therapien in allen Bereichen der Medizin haben wollen, dann müssen wir auch die Kosten dafür auf die Seite, auf die Schulter nehmen. Sonst bleibt uns da jetzt endlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir kapitulieren. Und ich plädiere aber dafür, dass wir die Rationalität oder beziehungsweise die Relation im Auge behalten. Und ich habe in Vorbereitung für meinen Vortrag eine Folie nochmal angesehen, die ich von österreichischen Kollegen habe, die im vergangenen Jahr analysiert haben, wie denn die Pro-Kopf-Kosten für onkologische Therapien in Österreich sind. Und die waren pro Kopf, pro Österreicher, pro Jahr 47 Euro gewesen. Und das ist natürlich gesellschaftlich schon eine ganze Menge, wenn sie das multiplizieren, zusammenkommen. Auf der anderen Seite aber war die Frage natürlich auch, bei dem Beispiel in Österreich, was waren denn die Ausgaben pro Kopf für Alkohol, Tabak und Genussmittel? Und die lagen bei 390 Euro in diesem Zusammenhang. Also das heißt, Krebstherapien werden immer teurer, das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Es ist eine gesellschaftliche Frage, wollen wir diesen Fortschritt und wollen wir das, unserem Gesundheitssystem ermöglichen? Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Kostentreibern und darüber müssen wir uns klar sein, auch in dieser Relation. Und eine bessere Antwort kann ich sozusagen jetzt gerade gar nicht geben, außer dass wir natürlich von Onkologenseite immer darauf achten müssen, dass wir nicht Pseudo-Hypes produzieren, sondern dass wir auch relevante Verbesserungen als relevante Verbesserungen bezeichnen, mit den Anwendern, mit den Erstattern diskutieren und wenn es wirklich relevante Verbesserungen sind, wird, dann muss man fast sagen, kosten die das eben. Gut. Meine Stimme signalisiert Ende der Kapazität. Vielen Dank Ihnen für die vielen tollen Fragen. Ich lese sie gerade eben runter. Ich glaube, wir haben in der Tat alles beantwortet in der letzten, naja, guten Stunde. Ganz herzlichen Dank für das Mit-Tun, Mit-Denken, Fragen stellen und die Diskussion am Laufen halten und bei sonstigen Fragen, glaube ich, sind wir in der Sprechstunde Altona oder hier in der Asclepius-Klinik in Altona für Sie auch weiter zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.